Egal, wir haben es gleich. Das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Na? Gleich ist es soweit. Ja, Leute, zählt mir mit dem Countdown. Runter von 2165. Das ist aber echt, das ist übel. Boah, aber es geht mit dem Safestate. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Oh, so knapp. Ich muss einfach nur höher springen, glaube ich. Na? Oh. Ich frage mich doch immer, warum kann er nicht von dem liegenden Panzer da unten abspringen? Wenn das Ding da unten liegt, warum kannst du davon nicht abspringen, Mario? Das verstehe ich noch immer nicht. Knapp. Irgendwann muss es soweit sein. Oh, Gott. Oh, Gott. Bin ich froh, wenn ich dieses Schloss des Terrors geschafft habe. Und dann muss ich runter. Aber ich muss ihn ein bisschen weiter unten treffen. Oh, meine Fresse. Das hätte fast geklappt. Ich hätte sogar noch fast in der Hand behalten. Ich glaube, nach diesem Schloss höre ich auf, ohne Witz. Wenn ich es dann irgendwann mal hier durchgeschafft haben sollte. Oh, ich glaube, das wäre es gewesen. Und ich lade, ich voll trottel. Ich trotteliger Mensch. Aber da dürfte man nicht sterben auf dem unteren. Das muss doch mal funktionieren. Oh, nein, Alter. Das war so knapp, ey. Aber wir kommen ja zumindest schon mal näher. Ja. Ja, wow, wie toll. Dass wir so langsam so ein bisschen näher kommen. Oh, danke. Oh. Aber ich glaube, ich bin zu spät, oder? Leck mich, Spiel, Alter. Leck mich ohne Witz, ey. Was? Was? Blaue Blöcke? Moment mal, es gab hier keine blauen Blöcke. Es gab hier keine blauen Blöcke und da ist die Bostür. Es gab hier keine blauen Blöcke. Es gab hier keine blauen Blöcke. Es gab hier keinen blauen P-Switch. Moment mal. Ist der rote der blaue? Ich will das hier irgendwie retten. Ich will das hier irgendwie retten. Das kann nicht... Scheiße, wie geht das nochmal? Ganz nah an die Wand, oder was? Das schafft Mario nie im Leben mehr. Oh, Gott. Was ist da oben? Eigentlich. Alter, und wenn ich das hier gleich mit Walljumps versuche, aber... Ich hab keinen Bock, den Wichsen normal zu machen. Jetzt ist der Schildkrötenpanzer weg. Er ist ja schon wieder weg. Ein bisschen später. Das kann nicht wahr sein. Was ist denn da oben? Ey, Schloss, ey, du... Wie soll das denn gehen, wenn man noch keine scheiß blauen Blöcke hat? Es gibt in diesem Hack keine blauen Blöcke. Ist dir schon mal aufgefallen, Kasana, du Penner? Ist dieses Schloss überhaupt schaffbar? Na, jetzt komm. Ich will einmal nach oben gucken. Einmal nach oben gucken. Ne. So kann man Shelljumpen üben. Auch nicht schlecht. Dann haut er gegen die Decke. Moment. Ist die Tür dann da drinnen? Ist die Tür dann da drinnen? Ne, scheiße. Ist die Tür dann da drinnen? Das geht nicht. Das ist unmöglich, das hier jetzt. Ja, ich komm hier natürlich problemlos wieder hoch. Auch nicht. Aber dann verrate mir, wie zur Hölle. Jetzt komm ich hier nicht wieder runter, ne? Ich bin hier zu spät, aber Moment mal. Wie hätte ich denn an die Tür sonst kommen sollen? Und wie weit geht das Ding nach unten? Ist das echt nicht mehr zu retten durch einen Shelljump? Das darf doch nicht wahr sein. Ich hätte hier eher unten sein müssen. Ist... Ist das... Ist... Ich hätte eher da unten sein müssen, oder? Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt zu spät bin? Die Tür, die... Ja, die Tür verschwindet. Ich hätte da eher sein müssen. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Okay, ich hätte da eher sein müssen. Okay, der erste bewegt sich. Ich glaube, das ist gut. Er ist aber gleich schon wieder fertig. Das bringt mir überhaupt gar nichts. Super. Wie schnell soll ich da bitte schon runter? Und warum geht das jetzt nicht mehr? Alter... Oh... Ja genau! Aber... Ne, nicht so. Sondern, genau... So... Und dann runter. Ja Gott! Da ist er. Ey, das langsam ist gut hier. Langsam ist gut. Ich glaube, gleich ist in Ordnung. Ich glaube, gleich ist ganz böse in Ordnung hier. So langsam verliere ich, was Mario-Spielen hier angeht, echt meinen Humor. Das kann nicht wahr sein, ey. Ich will Lemmy den... Ich will Lemmy nur noch tot sehen, den blöden Penner. Jetzt speichern. Jetzt sofort das Ding da hochschicken. Was ist daran so schwer? Warum kommt der dann direkt wieder hoch? Was machst du da eigentlich, Mario? Das ist doch gar nicht Sinn der Sache. Und dann erwischt er ihn nicht. Warum kommt der nur, wenn ich da durchlaufe wieder zurück? Das ergibt keinen Sinn. Und jetzt trifft er ihn nicht. Das ist so wenig sinnvoll, diese Scheiße. Spreng auf den Koopa, Mario. Ernsthaft? Spreng jetzt auf den scheiß Koopa. Okay, dann halt nicht. Moment mal, ich. Warum? Ja, warum speichere ich die ganze Zeit auf die zwei? Ey, ja genau. Und jetzt macht er auch noch den... Zurück. Danke. Warum zur Hölle speichere ich... Warum zur Hölle speichere ich die ganze Zeit auf die zwei? Kann mir das mal jemand erzählen? Das war ja schon mal nicht schlecht. Äh, ha, 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 ja. Nein. Na, ist es zu spät, oder was? Wie kann? Das ist schon zu spät. Okay. Das ist schon zu spät. Das ist schon zu spät. Das ist auch schon zu spät. Das ist nicht zu spät. Und jetzt leckt mich am Arschspiel. Ich mach jetzt hier oben auf die... Drei einen Sondersafe-State. Das kann doch mein Bestes, wenn nicht wahr sein. Und jetzt verrate mir. Mach das an. Wie soll ich denn hier runterkommen? Wie? Wie soll ich hier schneller runterkommen, hä? Und vor allem wann? Ihr sagt nicht, ich muss das Ding schwimmen runter. Ach, genau. Ach, das geht. Moment. Aber das... Nee, das geht nicht. Ich mach diesen Scheiß doch nicht ernst. Hab grad schon wieder zum zweiten Mal, oder? Okay. Okay, ich red grad ein bisschen wenig, Leute. Aber das erfordert jetzt echt mal eine komplette Konzentration. Dieser Scheiß hier. Okay. Nein. Nein, aber... Nein, aber... Nein, aber fast. Okay. Okay, 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 okay. Nein. Einen Moment, Leute. Ich mach sogar hiervon einen Sondersafe-State, weil den will ich behalten. Okay. Okay. Was ist das? Yes, jetzt, jetzt oder nie Das geht nicht Das geht nicht Das geht nicht Das geht nicht Wie? 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 Das geht nicht Ist das ein scheiß Level Ich muss unten sofort weiter Ich muss unten sofort weiter dann Er kommt, er kommt da fast an Er ist bestimmt machbar Leute, ich probier's nochmal, mach mal ein bisschen weiter Okay Leute, ich glaub ich hab's raus Das ist ganz übel und böse Man muss dann sofort so gut, es geht so schnell, es nur irgendwie möglich ist, weiter Ohne kleinste Pause, sobald man dadurch kann, sofort weiter Das geht nicht Also, wie kann das? Das geht nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Komm schon, komm schon, komm schon, jetzt komm Oh ja, oh ja Wow, Gott, Gott Sofort, ey, bevor ich spawn in Sondera extra irgendwas safe state Oh, leck mich Äh, auf die 5 Dazu ist meine Festplatte fast voll Alter, ich muss gleich aufhören Wo bin ich? Wo spawn ich? Okay Lemmy, du Arschloch, wo bist du? Was? Achso Lemmy, du Arschloch, wo bist du, Alter? Da hinten in der Ecke? Okay Dann kriege ich dich sofort, komm her, du Komm her, du Arschloch, Alter Du wirst sterben, du Penner Ach, dann erwische ich ihn nicht, wa? Da war ein Manscher vor Ja, da mach deinen komischen Move, Alter Meine Fresse, das hat mich gerade, glaub, bestimmt 1,5 Stunden gekostet, dieser Scheiß Nie wieder Ach, Mann, Mario Alter Geh da rüber Oh, wo bist du, Lemmy, du Arschloch Speichern Wo ist der denn? Wieder so'n Scheiß Okay, zurückspulen Danke Du stirbst, du Arschloch Das sag ich dir Du stirbst, du kleines Arschloch In deiner Scheißfestung Da ist er Wie komm ich da ran? Bam's Bam's Einmal getroffen Stirb, du Mistvieh Hier macht er wieder so'n Scheiß Okay Aber einmal getroffen Hier macht er wieder so'n Scheiß Da kommt der Podobo hier rüber War das dumm? Ich glaub, das war dumm Zurück, 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 zurück Oh Meine Fresse, Alter Meine Fresse, Alter Meine Festplatte ist echt gleich voll Jetzt war er da, genau Du Arschloch, Alter Du Arschloch, Alter Du Arschloch, Alter Bam's Der andere Podobo kommt gleich rüber Der Wo bist du jetzt, hä? Da in der Ecke ist er Okay Bam's Einmal noch, du Schwein Da ist er danach Okay Dich hol ich mir Dich hol ich mir Du Ratte Dich hol ich mir Bam Was? Kann ich ihn da nicht treffen, oder was? Ich kann ihn bei der Animation nicht treffen, oder? Nee, ich kann ihn bei der Animation nicht treffen So ne Kacke, Alter Kann ich bei der nächsten treffen? Wo ist er danach? Nein, bei der Dich kann ich ihn auch nicht treffen So ein Kacke, Alter Da ist er da hinten in der Ecke Okay, wo ist er jetzt? Ich sag Podobo, Alter Da ist er Nein Schneller rüber Au, dass das funktioniert Das funktioniert Du bist so tot, du Sau Wo geh ich danach hin? Ist noch die Frage Wo geh ich danach hin? Ah, okay Auf das Ende da Rüber, rüber Rüber Nein Der Podobo Nee, der scheiß Podobo ist im Weg Ich will nicht tot sehen Du Penner Ich schwöre ich dir Es geht nicht, oder? Ah, mein Gott Okay, es geht Mann, warum verpisst du dich nicht einfach? Alter Er ist doch wieder da Mach wieder irgend so ne Faxen Ich hab gleich die Faxen Und zwar voll, Alter Es ist doch wieder Und zurückspulen Alter, ich krieg gleich echt zu viel Ist das ne Scheiß, du Verpiss dich hier Wo muss ich dann hin? Ja auch nicht In die Ecke kann ich nicht, oder? Doch, ich muss da in die Ecke Ich bin Alter Danke Wo bist du jetzt, du Mistvieh? Dabei treffe ich ihn Dabei treffe ich ihn Brenn, du Arschloch Was müssen meine Nachbarn denken, Alter Alter Ich glaub, ich hab noch irgendwie 2 GB auf meiner Festplatte Ich muss jetzt zusehen, dass ich Nicht bei der Animation Brech nicht bei der Animation ab Thank you, ja Komm, das schaffen wir eben noch Ja, mach das Ding schneller kaputt, Mario Äh, was? Mario muss ein Genie gewesen sein Um Den, äh, äh Echten Lemmy von den anderen Äh Von, von seinen, äh Wirklich überzeugenden Klon unterscheiden Gekommen zu haben Ist kein deutsch, aber egal Nun ist es Hammer Time Mit dem Crazy Castle Er hat das Crazy Castle Kaputt gehämmert Hoffentlich, äh Ist Mario vorbereitet für das Was noch vor ihm liegt Ja, ist er Alles klar So, Leute Ich hab keine Zeit mehr Oh, Gott Oh, ja Ich will speichern Okay, Leute Ich hoffe, ihr hatte viel Spaß dabei Ich hatte überhaupt gar keinen Spaß Ich hasse dieses Spiel mittlerweile Gott, war das ein Scheiß Äh, ja Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder Wenn es wieder heißt Let's Play Mario's Masochistic Mission Adi, Leute Und ich bin weg So, nein Und jetzt nochmal mit ein bisschen Stil Und ein bisschen Ruhe Ich hab doch noch 3 GB über Also kein Grund zur Panik Ich werde mich ja wenigstens noch Gekon verabschieden können Und nicht Keine Ahnung Hier schon Wie ein aufgeschrecktes Reh durchs Zimmer rennen Auch wenn ich das getan habe gerade Nein Dieses Schloss Es war grauenhaft Ich glaub, dieses Schloss Es war der grauenhafteste Level Oder sagen wir nicht der grauenhafteste Level Aber die grauenhaftesten Stellen Die ich bisher in Mario's Masochistic Mission Und überhaupt in einem Mario Teil hatte Dieses Level war echt von Grund auf böse Und ich bin froh, dass dieses Schloss in den Boden gestampft wurde So Ich werde jetzt trotzdem aufhören Aber vorher würde ich gerne noch in die nächste Welt gucken Nämlich Welt 4 Und leider auch schon die letzte Welt Nun sind wir hier Und nun können wir uns eigentlich direkt entscheiden Ob wir den unteren Weg gehen wollen Das ist am Übrigen da hinten das Schloss Das wir da sehen mit der 4 Das ist schon Ludwigs Schloss Also wir sind so gesehen schon am Ende Ja Hier haben wir Forest in the Sky Also der Wald Im Himmel Ich muss mal gucken, ob ich zuerst diesen Weg hier gehe Zum Schloss Oder erst den oberen Auf jeden Fall Ich wollte mich jetzt nochmal etwas ruhiger Von euch verabschieden Deswegen Adieu Leute Bis zum nächsten Mal Und ich bin weg Und ich bin weg